Jesus Christus sagt, ich bin nicht gekommen aufzulösen, das Gesetz, sondern zu erfüllen, Matthäus 5, Vers 17. Bedeutet das, das Gesetz ist für uns Christen noch gültig? Nein, das sagt die Bibel, insbesondere das Neue Testament, durchgehend an vielen Stellen, dass das mosaische Gesetz nur dem Volk Israel gegeben wurde, bis Jesus Christus kam. Erstens, was bedeutet Gesetz? Es hat drei Bedeutungsunterschiede. Erstens, es ist das Gesetz vom Sinai, Apostelgeschichte 7, Vers 53, oder das Gesetz als fünf Bücher Mose, also die Thora, wie in Lukas 24, Vers 44, oder das Gesetz und die Propheten, also das gesamte alte Testament, wie in Johannes 10, Vers 34 oder Matthäus 7, Vers 12. Dieses Gesetz und das gesamte alte Testament hat eine typologische Bedeutung, Das heißt, es ist ein Hinweis auf Jesus Christus selbst, eine Vorausschattung auf Jesus. Und zwar nicht nur die Prophetien, sondern auch die Zeremonialgesetze deuten typologisch auf Jesus Christus hin. Das heißt, das Gesetz, ja, das alte Testament ist der Schatten und der Körper ist Jesus Christus selbst, der diesen Schatten wirft, Kolosse 2, Vers 17. Und deshalb hat er es nicht aufgelöst, das heißt annulliert, beseitigt, für ungültig erklärt, aus drei Gründen. Denn erstens, das Gesetz, unabhängig, ob es für uns gültig ist oder nicht, ist vollkommenes, inspiriertes Wort Gottes. Es ist ein Willensausdruck Gottes, heilig und gut, Römer 7, Vers 12. Zweitens, es wird im tausendjährigen Reich noch eine bedeutende, zentrale Rolle spielen, Jesaja 2, Vers 3 oder Micha 4, Vers 2. Und drittens, Jesus Christus wollte das Gesetz und die Propheten erfüllen. Was bedeutet erfüllen? Erfüllen bedeutet viel mehr als nur befolgen. Jesus Christus hat es stellvertretend mit einem stellvertretenden Gehorsam, ethisch und moralisch, befolgt. Aber er hat es auch erfüllt. Das heißt, all die Vorausschattungen, all die Vorbilder im Allentestament wurden durch Jesus Christus Wirklichkeit, sind Wirklichkeit real geworden. Der Körper, der den Schatten wirft, ist selbst gekommen und auch die Prophetien sind in Erfüllung gegangen. Deshalb heißt es in der Elbefelder Übersetzung, er hat es völlig zur Geltung gebracht, das Gesetz und die Propheten. Das heißt, das gesamte Allentestament zeugt von Jesus Christus und er ist dessen Erfüllung. Johannes 5, Vers 39. Und 30. Und 30.